Der Plus ist für mich sehr, sehr hart. Immer mit ein bisschen Schiss in der Hose verbunden. Zwischenzeitlich haben wir dann auch noch eine Leiche gefunden, was vielleicht jetzt auch nicht zur psychologischen Unterstützung beiträgt. Wenn was passiert, dann muss man mit den Konsequenzen rechnen. Jetzt ist erstmal alles gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017